So, jetzt hier Romokinas, es ist soweit Inas Nacht heute mit dem witzigen Ralf Schmitz, der ist wirklich lustig, mein Gott, hätte ich gar nicht gedacht. Dann der noch lustigeren Dagmar Koller, die ist auch wirklich lustig, hätte ich auch gar nicht gedacht. Dann mit meiner Lieblingsband der Woche, Ruben Kosani und mehreren Bierkisten, mit denen das Glasblas-Sing-Quintett Musik macht, kann losgehen. Es ist eine laue Hamburger Nacht und ich freue mich, oh meine Schenti-Jungs, ihr habt euch aber heute auch drapiert. Warst du sonst auch dabei? Ist es so. Guck sie dir an, sind sie Schnieke, Hamburg die schönste Stadt der Welt. Und da würden wir schon mal reingucken wollen, meine Band schon am Spielen. Man fragt sich das Thema Amore. Man hört es schon. Ich glaub, wir haben sie rausgekramt. Der steht raus, um ein Holzschmack. Moin, Kinder! Moin! Wenn ich hier nun so stehe und ich euch sitzen sehe, ist Amore. Frau Müller an der Bar und die Band ist schon dauernd mein Schenti-Kode. Und mein erster Gast, er hat heute frei von den drei Strei ein Amore. Er ist hier, kommt, begrüßt ihn mit mir, mitten im großen Amore. Heute aus Köln, da ist Schmitz. Oh, gut, Kasselsen. Amore! 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 Ach komm, Kasselsen. Gute Namen, Gute Namen, Gute Namen, Gute Namen. Das ist aber sehr schön. Hier ist aber auch ganz nett. Ja, das ist auch nett. Aber jetzt, unverschämt, er ist noch gar nicht bei mir am Dresden. Schon sind andere Frauen auch ganz nett. Nein, gar nicht. Das kann man danach sagen. Nein, gar nicht. Okay. Du, 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 du. Ich mag das Lied so gerne. Ich auch, ja. Okay. Jungs. Weißt du was? Ja. Geht schon los, geht schon los. Ja, wir sind schon total drauf. Ehrlich? Ich habe mir hier eine Ecke gebaut und da habe ich kleine Pfefferminzbonbons drin und ich, ne, mach kurz, zwei, drei. Ist auch Pfefferminz drin. Weil ich habe nur eine geraucht und du rauchst ja nicht. Nee, ich rauche nicht, das stimmt. Ich rauche ganz manchmal. Ehrlich? Du rauchst viel? Nicht viel. Mach nix. Mach nix. Mach nix. Finde ich schlimm, ne? Du findest Rauchen doch ganz schlimm, dachte ich. Ja, aber ich, für mich. Du kannst doch machen, was du willst. Aber wenn ich jetzt eine geraucht habe und da ist noch so Restgeruch, wenn man hier jetzt so beieinander sitzt, das ist schon doof, oder? Ja, das stimmt. Das ist doch so ganz gut. Ist viel besser. Ist viel besser. Was machen wir jetzt? Mh. Mh. Bitte? Was auch, ich weiß auch was. Oh nein! Ich kenn auch was. Was auch. Wer war ein Tier da? Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Walrosch war das, oder? Ja, Antje, Antje. Ja. Sag mal, du bist ja richtig ausgebildeter Tänzer und Schauspieler und aber auch Sänger. Ja. Boah. Ja. Also, du sagst das aber auch ganz schön beeindruckt. Das ist ganz schön toll. Ja. Und wie macht man sowas? In einem Lehrgang, also einen Studiengang? Oder hast du erst Gesang und danach hast du gesagt, ich hab auch noch ein bisschen Schauspielerei und dann hat sich auch noch... Ich hab das... Es hat sich so alles ergeben. Ich wollte ja... Schauspiel war ja klar. Das war das erste so. Und dann kam auch ein bisschen Gesang dazu. Gesangstuhl so ein bisschen und ein bisschen Gesang gelernt. Und dann hab ich gedacht, jetzt muss noch Steppen lernen. Dachte ich. So für mich. Steppst du richtig? Ja, ja, pass auf. Können wir das mal hinführen? Nein, nein, nein. Setz dich hin, pass auf. Du findest Steppen ganz toll. Ja, ich find's auch ganz toll. Weil ich das nicht kann. Na komm. Und ich dachte, ich rede schnell. Pass auf. Nein. Das war nämlich dann so. Und dann bin ich da rein in die Ballettschule und hab gesagt, hallo, ich möchte ein Steppen lernen. Und dann hat die geguckt. Die Ballettmeisterin hat mich gesehen und hat gesagt, hat gedacht, hat sie mir hinterher gesagt, oh, ein Mann. Ein kleiner Mann, aber ein Mann. Und ähm, Männer sind ja sehr rar beim Ballett. Ist das immer noch so, ne? Immer noch. Und dann hat die zu mir gesagt, pass mal auf. Du lernst erst so ein bisschen Ballett. So. Du lernst so genau die Bewegung. So. Du lernst so aus dem Handgelenk. Und dann hinterher Ballett lernst du so. Und dann lernst du da hinterher noch Steppen. Auch einfach so. Und dann hab ich eine komplette Ballettausbildung gemacht. Anstatt Steppen hab ich dann viel später gemacht. Ich kann's aber nicht gut. Aber Ballettmeisterin ist ja auch ein bisschen mädchenhaft, oder? Das stimmt. Man sieht ganz schön. Also es ist sehr eng alles, was man so anhat. Aber du bist ja auch sehr schmal gebaut. Also es sieht ja bei dir alles gut aus. Ja, da kommen die Sachen richtig zur Geltung. Das hat Vorteile. Wenn der Rest so dünn ist, dann ist ja das... Ein Traum. Und das Tolle ist, wenn du dann streust, dass du nicht schwul bist, dann bist du richtig vorn. Das ist ganz geil. Sag mal, hast du nie unter deinem Namen gelitten? Nee, nie. Wieso? Ralf Schmitz. Die fragen mich alle, ob das mein Künstlernam ist. Nein. Doch, es gibt Leute, die sagen, aber Ralf, ist das Ihr Künstlernam? Ich sag, ja, eigentlich heißt ich Frank Müller. Nee, wirklich. Man hat mich damals... Also ich heiße jetzt auch Müller. Ich leide da auch nicht drunter, aber ich bin noch nicht so berühmt wie du. Und Frau Müller hier an der Bar heißt auch Frau Müller, obwohl die gar nicht mit mir verwandt ist und gar nichts. Aber das ist meine Frau Müller. Ja eben. Und Schmitz ist eigentlich ähnlich. Guck mal, da bringt Frau Müller schon Bier. Jetzt wird's gemütlich, Kenas. Was möchtest du denn trinken? Haben Sie einen grünen Tee hier, einen grünen Tee? Du willst nicht wirklich grünen Tee? Ich liebe grünen Tee. Frau Müller, der will grünen Tee. Deswegen hast du auch keine Freundin. Frau Müller, haben Sie... Wie gesagt, ich keine Freundin. Jetzt geht's aber los. Das hab ich gelesen. Wo hast du das denn gelesen? Das war Alkohol. Das machen wir gleich. Du willst jetzt nicht wirklich grünen Tee. Wunder dich. Das wird ja ein toller Abend. Wieso ist doch Hamburg... Frau Müller, ich hätte gern Bier. Ich kann auch ohne Alkohol sehr lustig sein. Ja, das glaube ich. Ich kann auch saufen, ohne lustig zu sein. Auf jeden Fall, das Name muss ich nochmal eben, weil ich hab was gemacht. Ich hab gedacht, wie viele Ralf Schmitze es wohl hier in Hamburg gibt. Weil ich bin der Meinung, Ralf Schmitz zu heißen ist nicht so easy und damit eine steile Karriere zu machen. Hat zu dir schon mal einer am Telefon gesagt, sind Sie der Ralf Schmitz? Ja. Ehrlich? Ja, das ist mir passiert. Jetzt hab ich eine Auskunft angerufen. Und haben Sie das gesagt? Und das ist ja richtig teuer. Sind Sie eigentlich der? Ich sag ja, ach, da wollen Sie mal. Und da haben wir im Fernsehen und Ding. Ich wollte aber eigentlich die Nummer... Ja, aber würden Sie mal. Ich wollte mal fragen. Meine Mutter wollte auch gerne mal vorbeikommen. Haben Sie ein Autogramm? Haben Sie ein Autogramm? Haben Sie nicht, haben Sie ein Autogramm? Das war ein sehr lustiges Gespräch. Und gibt es denn nicht so viele Ralf Schmitze meinst du? 312,80 Euro, bitte. Gibt es denn nicht so viele Ralf Schmitze? Guck mal, wie viele es in Hamburg gibt. Bei uns ja. Ich bin mal rumgelaufen. In Hamburg. Guck mal. Hallo, wie heißen Sie denn? Ralf Schmitz. Na, ich doch. Und hallo, wie heißen Sie? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ich heiße Ralf Schmitz. Ach, wie toll. Und Sie? Ich heiße auch Ralf Schmitz. Ach, gibt es doch nicht. Ralf Schmitz. Och, und wie heißt der Kleine? Das ist Ralf Schmitz Junior. Ach, wie süß. Darf ich sagen, wie du heißt? Ralf Schmitz. Ach, das ist auch Ralf Schmitz. Ja. Und du heißt? Ist ja jetzt auch Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. 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 Ralf Schmitz, schönen guten Tag. Hier, guck mal, gibt es doch nicht. Guck mal, gibt es nicht, ne? Ach, hallo. Na, wie heißt du denn? Ralf Schmitz? Ralf Schmitz. Gibt es doch nicht. Ralf Schmitz. Glaubt man nicht, ne? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Nein. Und Sie etwa? Ralf Schmitz natürlich. Wie toll, wie toll, wie toll. Ihr seid doch. Darf ich mal fragen, wie heißt ihr denn alle? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. In der Stadt kommt kein Mensch. Ich bin doch hier. Ja, aber das waren 5 Minuten Sache und da hießen alle Ralf Schmitz, glaubste. Willst du mal nachgucken, Hamburger Telefonbuch, wie viele Ralf Schmitze es gibt? Gibt es viele? Aber du könntest ja so einen richtigen, coolen, so einen Speedy-Gonzalez-Flummi-Namen irgendwie, wo man das direkt auch mit dir verbindet. Will ich ja nicht. Guck mal zum Beispiel Erna Strube, ne? Wer ist das? Ja. Joy Fleming. Siehste? Und Gertrude Wirschinger ist Penny McLean. Ja. Und Gerd-Günter-Grabowski ist Gigi Anderson. Siehste? Die haben sich alle so Namen genommen. Gerd-Günter-Grabowski ist Gigi Anderson. Gerd-Günter-Grabowski ist Gigi Anderson. Ich wusste, er ist umgebaut, wusste ich doch. Kinders, wenn ihr übrigens Fragen an Ralf Schmitz habt, ne, dann sind da so Bierdeckel und da könnt ihr Fragen draufschreiben und die sammle ich dann nachher ein. Hast du schon gefunden? Nee. Jetzt nicht andere Namen gucken. Ich hab's auch nicht gefunden. Und ich sammle die nachher ein. Ah, hier. Und Bierdeckel. Jetzt kommt dein grüner Tee. Bitteschön. Emma, es gibt überhaupt keinen. Ich mach schon mal deinen Beutel ein bisschen rauf und runter, ne? Ja, mach rauf und runter, das ist gut. Emma, es gibt überhaupt keinen, Ralf. So, und das ist der Witz. Es gibt überhaupt keinen Ralf Schmitz. Ja, so. Das ist das Gemeine, ich hab dich hier reingelegt. Es gibt in Hamburg keinen Ralf Schmitz. Hätte ich nicht gedacht. Du hast doch so viele Leute gefragt. Ich auch nicht. Kannst waren denn nur Touristen? Die hießen alle Ralf Schmitz. In Köln, in Köln gibt es ein eigenes Telefonbuch für Schmitz. Ja, guck mal. Und in Hamburg überhaupt nicht. Das wollte ich dir eigentlich nur als Message sagen. Fand ich sehr lustig. Weißt du, was ich finde, wir singen? Was singen wir denn? Ich guck mal, ähm, Candyman hast du dir doch gewünscht. Ach so, was ich mir gewünscht habe. Ja, klar. Sehr gerne. Candyman. Mh. Oh, ist das gut. Leckerer grüner Tee. Du bist doch so ein riesen Dean Martin Fan. Ja, das stimmt. Und dann haben wir gedacht, singen wir mal so was von Sammy Davis Jr. Wer findet die Überleitung, genau. Du hast ja Pappen mitgebracht. Ich habe gesagt, Candyman machen wir nur, wenn wir Pappen haben. Genau. Und ich habe dann gesagt, okay, dann bringe ich Pappen mit. Und ich habe für alle Pappen mit. Also nicht für jede, ich sage keine Pappenhause, das meine ich jetzt nicht. Aber ich habe Pappen und die halte ich gleich hoch und dann müsst ihr mitsingen. Alles klar? Genau. Oh, der Tee. Oh, ich erwarte große Freude. Große Freude erwarte ich. Ich auch. So, pass auf. Who can take a sunrise? Alles klar. Du hilfst mir. Ja klar. Und ihr singt auch mit da draußen. Alles klar? Wir erst gar nicht auf dahinten. Anstatt einfach eins zu singen, was alle kennen. Zum Anfang? Ja. Okay, da geht's jetzt los. Achtung. Tempo ist okay. Ja, ist perfekt, ist perfekt. Ton hat ist okay. Ton hat ist super, jetzt geht's los. Achtung und bitte. Who can take a sunrise? To take a sunrise. Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The Candyman. The Candyman. Yeah. The Candyman can. The Candyman can. The Candyman can. Cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yeah. The Candyman makes everything he makes. Satisfying and delicious. How you talking man? But you childhood wishes, you can even eat the dishes. Sehr gut! Hey! Banalas! Who can take tomorrow? Who can take tomorrow? Fiffy, dinner, cream. Fiffy, dinner, cream. Separate the sorrow and collect them for the cream. The Candyman. The Candyman! Yeah! The Candyman can. The Candyman! The Candyman can. And cause he mixes it with love and makes the world taste good. The Candyman! The Candyman! The Candyman! The Candyman makes everything he makes. Satisfied and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Yeah, yeah, yeah. Who can take tomorrow? Who can take tomorrow? Fiffy, dinner, dream. Fiffy, dinner, dream. Separate the sorrow and collect them for the cream. The Candyman! The Candyman! Yeah! The Candyman can! The Candyman can! The Candyman can cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Candyman! 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 Candyman makes the world taste good. The Candyman! Get my hair! The Candyman! The Candyman! Explorate it! Yeah! Candyman! 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 Add the world taste good. Ich Candyman, von hier die Jungs auch zu spielen. Ich Candyman! Okay. When ich so mach' Wenn ich so mach' So so, 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 so mach' ! mar! ja sowas fehlt euch in kommen hier hoch ich komme hoch bitte meine ich du jetzt muss ich dich was fragen du bist ja nichtraucher du sagst aber du bist kein militanter nichtraucher du sagst aber wenn am nebentisch wenn du isst geraucht wird dann gehst du schon mal hin und sagst können sie die bitte ausmachen ja am selben tisch da am nebentisch nicht am selben tisch lass mich aber weiter zählen ich will auf etwas hinaus ich bin sehr gespannt du bist also hast eigentlich nichts dagegen findest aber dass rauchen ein verbrechen ist jetzt sagst du aber deine freundin dürfte rauchen was heißt dann würdest du mit einer verbrecherin ins bett gehen tierisch gern hast du ein freund im moment nicht brauchst du die stimme hast auch dafür was ich eigentlich wollte nur sagen 104 jahre alten kater eine katze kater das ganz falsch 104 nicht ganz aber umgerechnet ist sie glaube ich irgendwas im menschenjahren wäre sie 130 oder so ist das 23 jahre jetzt schon drei und glaubst du nicht und er ist aber ein bisschen darm krank sie ist ein bisschen darm krank darm krank die hat doch irgendwelche darm beschwerden und die kotzt wie jede katze so also auf alzheimer und irgendwo wenn egal wo du bist in der bude hörst irgendwann und dann die kündigen das anders wie so ein countdown 10 9 18 jetzt muss ich dich aber ganz ehrlich fragen dann rennt sie los und macht alles sauber wenn es schafft vorher noch dann ist der teppich gerettet und du findest dass so eine katze mit solchen problemen weniger stinkt als eine raucherin in der wohnung das würde ich mal nachdenken aber wenn beides da ist dann hebt sich ja wieder auf da geht noch was aber da seid ihr nicht mehr dabei aber es fängt ja auch gerade erst an wenn wir mal die bierdeckel haben ich werde jetzt nicht runterhalten habt ihr die schon eingesammelt macht ihr das öfter das ist aber mein publikum handelt total selbstständig ich bin ja gespannt ja dann lass uns jetzt mal mit bier und soll ich dir was sagen am ende der sendung raushaune eine ich mache alles was er fand ich schon mal was hat ralf für laster und was sind seine schwächen ich bin ungeduldig ich bin sehr ungeduldig mir kommt man nicht gedacht ich bin ein bisschen ungeduldig obwohl ich selbst auch zu spät kommen ist ganz aber ich hätte von dir sofort gedacht dass du ungeduldig bist du redest ja auch so schnell wie ich und ich bin auch total ungeduldig das war ja auch ironie im spiel die haben verstanden du hast mich kapiert entschuldigung ich bin tatsächlich ich bin ein wenig ungeduldig und perfektionistisch so ein bisschen so beim arbeiten ja ja das habe ich gemerkt mit den kärtchen und so du hast du vorbereitet das habe ich hier noch nie erlebt ja ich selbst noch nicht da war ich auch überrascht ich dachte immer dass du guck das ist schul schade wer war dahinter der wird sich jetzt sicher melden da war der schantico draußen glaube ich auch trinkst du nachher ein bier mit uns und nicht diesen grünen tee tee wer war das und ich bin dabei ich hab was gelernt ich hab was gelernt in hamburg und zwar nun geht er wieder los hier ja aber so ist ja nun geht er wolle los hier ja wolle los ich habe wieder habe wieder oder wurde ich schnackst du überhaupt nicht bleib ich aber kannst du mir was beibringen schönes fieses wort ja ich bringe ich dir ein kleines gedicht bei ok die sünde schien die sonne scheint die muschie grint das sei nicht deine katze grint deine katze lacht die sünde schien die sünde schien die muschie grint muschie grint das ding das steigt das ding das steigt das ding das steigt der klöfterkeit so und jetzt sagst du noch mal am stück ne da kann ich doch nicht nur geht er wieder los ja nur geht der bolle los wir zwei hier nur gerade den steif oder den hieß willst du kinder ja weil sie sind klein lustig kann man rumschubst du fühl ich ganz gut nein quatsch für kinder toll der sinn des lebens ist ja das leben selbst diese aussage freut sich die frau die gleich mit dir bier trinkt am meisten das auch schon mal geklärt frauen wollen ja mal gleich wissen ob der man kinder will mit dem materie könntest du dich in eine große frau verlieben wo habe ich schon getan ehrlich ja mein extra meter teil ja immer verlieben ist auch egal also ich habe ich habe ich habe ich habe meine meine letzte freunde mit der ich lange zusammen war wie lange denn drei jahre ist das lange doch schon relativ lange jetzt nicht endlos aber so alt bin ich auch noch nicht also drei jahre war ich mit der ganz toll du bist 36 oder so ne 33 und dann macht ja nichts macht ja nichts was für einen witz möchtest du machen denn sage ich dir die zahl dazu nein ich bin ich enthalte mich ich enthalte mich ich spreche einfach den satz ende den ich gerade vergessen die war größer als ich sogar zehn zentimeter größer das ist viel und da hast du auch keine plateaus schuhe darf ich mal ganz ehrlich was sagen es ist mir scheißegal wenn man das macht aus leidenschaft eine frau liebt oder ein auto liebt oder irgendwas anderes dann ist das okay oder der ralf schmitz ist ziemlich toll finde ich und deswegen hören wir jetzt auch ein ganz tolles lied und weißt du von wem stehen da schon oben kosani da gehe ich jetzt mal kurz hin du kannst hier bleiben tag konrad hallo na hallo tag leo na ich freue mich so dass ihr da seid und ihr singt mein lieblingslied mitgefühl ich werde ein bisschen mit singen und zwar so wie es im auto immer macht ich habe das jetzt 1490 mal gehört und endlich wenn ich jetzt mal live von euch und ich mache ich weiß nicht ob ich richtig sing oder falsch aber ich singe nur die stellen mit die ich kann und ich habe mir extra den shaker den ihr auf der cd dabei mit und meine band hat das lied auch geübt und spiel und ich freue mich so mein herz geht auf legt einfach los du erscheinst mir so wie sonst trotzdem weißt du mir auch ich verstehe was gerade passiert dies ist nicht mehr mein zuhause und die zeit vergisst die wund die seele wird bald gesund es mag sein dass es ist wie es ist doch ist deinem und schmeckt es wie geld erspar mir dein mitgefühl ich will nicht mehr darüber reden erspar mir dein mitgefühl ich lass dich los du lässt mich gehen zerkratz mir die haupt schrei mich gegen die wand schrei mich gegen die wand dreht mich mit füßen reiß mir das herz aus der hand ne das alles kann mir nichts anhaben nur eins kann ich nicht ertragen das ist dein mitgefühl verspar mir dein mitgefühl ich lass dich los du lässt mich gehen ich lass dich los du lässt mich gehen ja ihr seid die besten ja ihr seid die besten ach Jungs 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 Danke Ina wisst ihr was ihr baut ab und ich spiel mit dir ein Spiel Perfekt, was ist mal ein Halmer du setzt dich da hin sowas ähnliches Ich bin schon da. Also, ich möchte mit Ihnen eine Wette starten. Eine Wette? Frau Müller, wir bräuchten zwei Glas Wodka, bitte. Was? Wodka. Und zwar auch, um uns auf unseren nächsten Gast einzuschießen. Wer kommt denn? Nix hören wir gleich, wenn das Spielchen fertig ist. Nimm dir mal fünf Salzstangen, bitte. Oh nein. Doch. Ich ahne, was schrecklich ist. Vier. Ah, Mikado, wir spielen Mikado. Nein. Sind es fünf? Ja, ich hab fünf. Ich möchte mit dir, dass du es nicht schaffst, mir von jetzt an alles nachzumachen. Okay. Wenn du es schaffst ... Das ist so ein Fieserwitz. Wenn du es schaffst, mir alles nachzumachen, dann bist du befreit. Wenn du es nicht schaffst, dann wirst du am Ende eine flotte Sohle mit meinem nächsten Gast hier aufs Parkett legen. Alles klar. Und wir alle singen und spielen dazu. Perfekt. Das Publikum, Ruben Kosani, De Chantico, wir alle. Okay, alles klar. Wir fangen mal an. Okay. Und los. Ja, ich hab's. Ich glaub ich. Okay, ich sag schon mal, bitte konzentrieren. Ich konzentriere. Sag schon mal Prost. Prost. Ich denk, ich hab die Wahl. Hm. Scheiße. Das ist gemein. Aber der war gut. Ja. Nee, nee, nee. Der geht nicht. Leute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Linas Land. Ha, 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 ha. Am Schluss wird getanzt. Wir freuen uns schon. Eine heiße Samba-Nobar. So, letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Freust du dich auf unser nächsten Gast? Ja, ich weiß noch nicht, wer es ist, aber ich freue mich. Ist eine Frau. Da freue ich mich. Könnte dein Typ sein. Ehrlich? Ja. Sie kommt aus Wien, aus Österreich also. Und ich freue mich so sehr, dass sie da ist heute. Ba-da-da-bam-ba-da-da. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da. Dagmar Koller. Oh. It's bad. This is the night with me. Oh. Dagmar Koller, meine Damen und Herren. Oh. Hey. Oh. Let's have a little drink tonight. Oh. 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 Ich bin ja die Hälfte von meinem Alter. Auch so zierlich. Ich? Du bist zierlich. Guck doch mal bitte. Ich mach ja immer noch was. Da reden wir jetzt mal drüber. Du setz dich mal rein. Was möchtest du trinken? Wodka. Oh, hier. Ich hab doch von der Zarelyande was gelernt. Ja. Können wir noch ein Wodka haben, Frau Müller? Frau Koller, das ist mir eine große Ehre. Oh Gott! Ah, super! Das ist die Vodka. Sie wissen, in Amerika sagen die Down the Hedge. Down the Hedge? Hau weg den Scheißer, sonst ist es bei uns. Ich weiß ja nicht, was hier ist. Und was sagt man in Österreich? In Österreich sagt man nur Prost. Ich würde gerne auch ein Getränk haben. Und zwar ein Bier, Frau Müller. Ich kann keinen Wodka. Ach so, Frau Müller ist hier an Tisch 1. Sag mal, ihr bechert aber. Sag mal, ich spür die ganze Zeit etwas. Ist das das Knie vom Ralf? Ja. Nein. Da ist so ein Poller drin hier in der Bank. Das weiß man leider gar nicht. Du bist raus aus der Nummer, das sag ich dir nicht. Aber er hat eine alte, damenkranke Kuh. Eine alte, damenkranke Kuh. Hab ich auch. Glaubt sie, hab ich aber nicht. Ja, die wird doch oft gemolken. So entstehen Gerüchte, Frau Müller. Vielen Dank. Wir fangen mal an mit dem Thema Männer. Es war doch am Anfang der erste, war doch der Marcel Masso, in den du dich total verliebt hast. Aber der ist doch ein Pantomime. Ja, ich hab das auch alles gelernt von ihm. Und wie war das im Schlafzimmer so? Hat der da weitergemacht? Da haben wir Licht angemacht, sodass wir alle sehen, was da passiert. Und dann hat er gezeigt, was er wollte. Frau Koller, da sind wir. Nein, ich muss das ehrlich sagen, er war eine große Liebe von mir. Ein großes Vorbild. Ich hab sehr viel gelernt von ihm. Das hast du gesehen, wie ich da... Und der hat mir, der erste Mensch, der mir dann meine Komplexe weggenommen hat, der mir gesagt hat, never play. Also spiele nie zuckrige Rollen. Das sind Prinzessinnen und so weiter. Du musst einen Typ spielen. Du bist ein Charakter. Mit der Nase kannst du nur Charakterrollen spielen. Und ich hatte damals Geld gebraucht und ich habe nur Prinzessinnen gespielt. In Paganini, in Gräfin Marica, im Land des Lecklings. Ja, und das war furchtbar. Und ich brauchte das Geld. Und das alles hier in Hamburg. Und dann endlich ging er auf. Und dann der Marcel Masso, der war ja 20 Jahre älter als Sie. War das ein Grund, mit dem das zu beenden? Damals, wie ich so jung war, war das nicht so alt. Aber jetzt, wie ich jetzt bin, ich bin jetzt... 68 und jetzt wäre 20 Jahre älter, schrecklich. Aber damals, wie ich so 25 war, war 20 älter. Der wäre auch gar nicht mehr da, glaube ich. Nein, also Männer mit 45 bis 50 ist ein Traum. Du bist nur 40 jung. Ja, wieso? Er könnte dein Sohn sein, ne? Übrigens schaut er aus wie Joel Grey aus dem Film Cabaret. Ich hab ihn persönlich gut gekannt. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich schwör dem nicht. Ihr ist willkommen! Bienvenue! Fremde! Et transi! Stranger! Schön, dass du da bist! Glücklich zu sehen! Je suis enchanté! Happy to see you! Bleib der Rest des Teens! Du bist aber unser lieblich! Ach, ich hoffe, jetzt bin ich abgemeldet! Wir gehen mal ein bisschen chronologisch weiter und denn jetzt kommt der Hammer. Nachdem du gesagt hast, nein und Marcel will nur das eine, hast du einen Millionären kennengelernt. Ein Millionär aus Amerika. Du hast meine Biografie gelesen. Und zwar kam der aus Chicago, Millionär und du hast dich total verliebt. Und dann, nach einer Zeit, als der dich heiraten wollte, du bist sogar ein halbes Jahr da hingezogen. Ja. Da hast du Schluss gemacht. Nein, weil er hat meine Mutter zu mir geholt und das ging dann nicht gut, weil meine Mutter hätte zu ihm besser gepasst als ich. Das wollte er. Das ist doch egal, wenn der Millionär ist. Weil er so viel Geld hatte, hat er gesagt, er will die junge Dagmar. Und ich habe mir gedacht, er wird meine Mutter nehmen, denn die war sogar zwei Jahre jünger als er. Und beim ersten Sex habe ich ihm dann im Bett weinend gesagt, you are so old like my daddy. Und da konnte ich nicht Sex machen. Ehrlich? Und deshalb denke ich immer an die reichen Männer hier, die sich eine 25-Jährige nehmen. Und das ist so schrecklich für uns jungen Frauen, damals für eine junge Frau, wenn der Mann... Mein Reden. Aber man tut es doch nur, Frau tut es doch nur für Geld. Nein, das stimmt nicht. Aber die jungen Frauen, sind die nicht mit alten reichen Säcken zusammen, weil die so viel Kohle haben? Ja, nur. Nur. Ich habe noch nie einen Arme gesehen, der Junge gekriegt hat. Ich auch nicht. Also, spreche ich so schnell wie er oder spreche ich deutlich? Dann sprichst du sehr deutlich. Ich bin ein Österreicher und ich spreche langsam. Aber er spricht auch deutlich. Vielen Dank. Ja, aber sehr. Und das, was Sie mit der Zunge alles machen können. Ja, ja, Frau, das möchte ich gerne im Kalenderrot ankreuzen. Frau Koller hat mir gesagt, was Sie alles mit der Zunge machen können. Das würde ich gerne aufschreiben. Weil es so jung ist. Stehst du denn mehr auf junge Männer oder alte jetzt? Nein, auf gar keine mehr. Ja. Aber war das damals nicht? Es war doch aber so, du hast dann gesagt zu dem alten Millionär. Du hast doch zu dem alten Millionär gesagt. Wieso lacht der blöde Hund hier so? Wieso ist doch lustig. Du hast doch dann zu diesem Mann aus Chicago, der Millionär war, gesagt. Liebe Frau Müller, wissen Sie, wie ich ordentlich bin? Wir sind uns einfach zu ähnlich. Wir reden parallel. Ich sage gerade, wir reden parallel, weil wir beide Frauen sind. Aber Ihre Stimme ist so geil und sexy. Also da kann ich eh ... Aber unter uns. Frau Koller? Nicht nur die Stimme. Frau Koller? Ach, das bist du, die mich hier stöhnt. Frau Koller? Ja, ein Mann hat gerufen. Frau Koller? Ja. Trinken Sie Ihr Wodka noch? Ich kann jetzt ... Genau. Aber ich muss was erzählen. Warum ich Wodka trinke? Darf ich dir was sagen? Darf ich euch was erzählen? Hoch auf die Zara Leander. Ich habe eines Tages ... Lass mich chronologisch. Die kommt noch. Das wäre ganz toll. Weil ... Sie hat übrigens Frank Sinatra kennengelernt. Sie hat an seine Garderobentür geklopft. Und er hat mir gezeigt ... Erzähl es ihm, er stirbt gleich. Erzähl es ihm, er stirbt gleich. Weißt du, wie man My Way singt? Was mir Frank Sinatra gesagt hat? Ja, sagen Sie es. Ich kann es auf Deutsch. Er hat mir es wirklich beigebracht. Ja, bitte. Mein Freund ... Mein Freund ... Einmal da fällt ... Einmal da fällt ... Doch auch für dich ... Doch auch für dich ... Der letzte Vorhang ... Der letzte Vorhang ... Du gehst ... Du gehst ... Von dieser Welt ... Von dieser Welt ... Und dann kommst du ... Und dann kommst du ... An jenem Tor an ... Aber so von ... Oh! Hast du dir so erfolgen? Hast du dich verliebt? Hätte ich können. Aber ich war damals schon verliebt in den Helmut Zink. Ach, das war schon ... Weil du schon First Lady warst? War er da schon Bürgermeister? Nein, ich bin erst mit 40 in die Ehe eingestiegen. Hätte ich nur noch ein bisschen gewartet. Ist aber auch sehr früh. Aber da lacht deine Herzen. Ich bin ja jetzt auch über 40. Nein, das glaubt ihr niemand. Ich hab mein ganzes Leben zehn Jahre jünger gemacht. Fünf hast du dich jünger gemacht? Hast du dich zehn Jahre jünger gemacht? Mit 53 hab ich noch Eliza in My Fair Lady in der Wiener Volksruppe gesungen. Bis ich zu meinem Direktor gesagt hab, jetzt bin ich schon zu alt, wenn ich mich in solche Frisur schmink. Und da hat er gesagt, ich sage, wann sie aufhören und nicht sie. Pardon, pardon. Und dann hat er nächstes Jahr gesagt, jetzt ist Zeit, jetzt können sie gehen. Aber du hast es auch gemacht, wenn du ein Visum für Amerika gebrauchtest. Hast du auch einfach gnadenlos ... Nein, das ist eine Lüge. Da hat die Presse Reklame gemacht, um den Helmut Zink, der damals Stadtrat war, eins auszuwischen. Echt? So ist das, wenn man ein bisschen bekannt ist. Du wirst es noch sehen. Du wirst es sehr schwer haben. Aber ich möchte dir ja nur ein bisschen bekannt sein. Nur ein bisschen bekannt sein. Du lachst so blöd. Weißt du was? Wenn die mit dir einmal ausgeht, steht der am nächsten Tag in der Zeitung, das ist der Mann, der so schnell sprechen kann. Warum? Geht sie mit denen fort? Ja wunderbar. Das ist doch schön. Ja wunderbar. Weißt du, was ich auch ganz scharf finde? Ich habe mir gesagt, dass du seit 35 Jahren 55 Kilo wiegst. Ich habe noch nie 55 Kilo gewogen. Ralf, du schon? Du weißt was? Ich finde das so toll. Wie hältst du das 53 an den Hals? Warum? Wie machst du das denn? Sport, hast du gesagt? Sport, wenig essen. Wirklich wenig essen. Ich werde ins Grab gehen und die werden heraus und schreien, sie hat nur von Salatblattern gesandelt. Das machen wir gleich. Aber ich habe mal in Hamburg gefragt, ob die Hamburger eigentlich noch, weil du machst jeden Morgen mit einem Glas Wodka in der Hand ein Spagat aus dem Stand. Das ist jetzt völlig übertrieben, aber ich finde das Bild ist so lustig. Noch dazu, so, dann nehme ich die beiden Fußspitzen in der Hand. Leg das Kino so auf. Und dann nüppelst du mit dem Strohham an dem Wodka rum. Und dann bleib ich so und seit ich, seit ich, ja. Und nicht nur das. Und ich war berühmt dafür. Und dann muss ich sagen, seit ich das zu Hause übe und nicht mehr im Theater auf der Bühne, kann ich nur mal einen Zwirren. Weißt du, was ein Spagat ist und ein Zwirn? Nein. Spagat weiß ich, aber ein Zwirn. Spagat ist was Kräftiges. Boah! Ein Zwirn ist so fein, was du so einfädelst. Ganz dünn und so klein. Wie sieht der aus? Da komme ich nicht mehr hoch. Aber das komme ich jetzt schon nicht mehr in meinem Alter. Wollen wir uns mal angucken, ob Hamburg ... Schau, wie dein Busen da rausspringt. Ich habe meinen ganz verdeckt. Der ist jetzt auch schon unten. Wollen wir uns das mal angucken, wie ich Spagat mache und wie Hamburg Spagat macht vor allen Dingen. So, Kinders. Und ob das hier irgendeiner in Hamburg noch kann, so ein Spagat wie die Frau Koller, macht ja sowieso keiner mal was umsonst. Habe ich 50 Ocken dabei. Wir gucken mal, ob's klappt. 50 Euro, wenn man einen Spagat macht. Kann denn einer von euch einen Spagat? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Geld stinkt nicht. So, Landen. So, und? So, Gerald. Sie können doch einen Spagat. Sie kommt doch aus dem Spagat-Land. Oh, nee. Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. 50 Euro für einen Spagat? Unger. Nee, das heißt Schneidersitz. Was? Ihhh. Komm, jetzt hat sie noch mehr. Was man so ungefragt als ... Fuffi oder nicht Fuffi? Nicht Fuffi. 50 Euro für einen Spagat? Sie sprechen doch Deutsch, das sehe ich doch. 50 Euro. Sie sehen aber so aus, als könnten sie es. Weil von oben ordentlich was nachkommt, wenn sie runterhüpfen, wenn man so hüpft. 50 Euro, wenn man ordentlich einen Spagat hinlegt, sodass die Klöten auf dem Boden hängen. Ey, Bianca, komm mal her! Bianca, mach einen Spagat! Die heutige Jugend ist extrem geil, finde ich. Ja! 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 Die neue Dagmar Koller! Bitteschön! Bitteschön! Schon wieder 50 Euro. Nee, die Klöten müssen auf dem Boden hängen. Sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht. Weißt du, ich stelle mir vor, so ein klassischer Spagat, dass das so am Schluss so und dann sitzt man so. Tere! Komm nicht wieder hoch! Oh, warte! So! Ah! Oh, kann man gelten lassen! Ja! Das ist deins! Das ist deins! So, Frau Koller, und jetzt kommen Sie, ohne Wodka! Ja! Oh! 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 Und übrigens, wenn ihr Fragen habt, Bierdeckelchen für Dagmar Koller schreiben, ich hole die gleich ab. Weil vorher, ich muss noch ganz kurz was sagen, weißt du, was meine absolute Lieblingsgeschichte in deiner Biografie ist? Die Geschichte mit Sarah Leander, die auf der Bühne stand und zu einer Zeit, als in Österreich, glaube ich, Alkohol im Theater verboten war, auf der Bühne stand und außen stand, umgekippt ist und Scheintot wirkte. Ja, das war auch so. Und dann bist du los in die Kantine und hast gebettelt, ich brauche ein Wasserglas voll mit Wodka. Und die wollten dir das erst nicht geben, dann haben sie es dir gegeben und der Ehemann von Sarah Leander hat das komplette Wasserglas voll mit Wodka in diese Scheintote Frau reingekippt. In dem Moment steht Frau Leander wieder auf und macht das Programm weiter, weil Diagnose, Kreislaufzusammenbruch wegen Alkoholentzug. So war das. Aber ich muss sagen, warum das passiert ist. Die kleine Dagmar Koller durfte also die Garderobe neben der großen Sarah Leander haben, die immer, übrigens nackt drin gesessen hat beim Schminken, immer nackt. Ganz habe das nie in meinem Leben nachher erlebt. Ich finde das eine schöne Tradition. Ich habe das nie mehr nachher erlebt, dass eine Frau so breite Schultern hatte und die war damals immerhin 74, 75, ganz toll, kaum einem Busen. Da waren so zwei braune Dinger da, das waren, glaube ich, die Brustwarzen. Und das war so eine tolle Frau und so saß ich dort. Und ich habe daneben die Garderobe gehabt und habe immer, weil ich eine sehr schwere Rolle hatte, ich war, mümm, 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 und da habe ich eine Rolle gehabt, mümm, mümm, der Stimme. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ja eine Freude, wenn ich singe, Zahra, 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 und da hat sie geschrieben, du kleine Koller, komm rüber. Und dann bin ich rübergegangen, wieder, ich habe mich immer geschämt hinzuschauen. Ich habe mir gedacht, wenn sie, du musst ja bescheiden sein, gelieb sein, und da hat sie gesagt, komm, jetzt trink doch mit mir Wodka. Und von da an haben wir immer Wodka getrunken und dann habe ich jeden Abend mit mir, vor der Vorstellung, nein, nein, ich habe ja nichts zu tun. Und da habe ich immer mit ihr diesen Wodka vor der Vorstellung gesungen und dann waren wir natürlich auf der Bühne extrem lustig und das Publikum liebte uns. Hattest du gar nicht Textsänger? Ich kann ja nie, bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich in meinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich so Angst habe, Kontrolle zu verlieren oder Texte zu vergessen. Nein, wenn man so ein Leben lang als Sängerin diszipliniert geübt hat und nichts geraucht, nichts getrunken, keine Männer, nichts, und plötzlich kommt eine und die sagt, hau dir ein Wodka rein. Und das geht auf einmal alles von selten so ab. Ja, so war das alles. Auch die Liebe hat mir dann mehr Spaß gemacht. Frau Müller, kann ich noch ein Wodka haben? Frau Müller-Hebel ist der Flasche. Okay, und jetzt singen wir. Und ich würde gerne Natascha reinbitten. Natascha ist eine ganz tolle Akkordeonspielerin. Meine absolute Lieblings-Hamburger Akkordeonspielerin. Schaffen wir drei das? Wer soll einfach von hier aus rüber? Wer soll wohin? Das müssen sie spielen. Wir machen jetzt alle mal einen Spagat über den Tisch. Ja. Und keine Ströme. Nein, wirklich. Es ist ein Spagat, Spagat. Ja, komm. Ich bin jetzt so klein. Wie weit kannst du rüber? Ja, ich komme runter. Peter! Komm, Peter! Ja, ihr trinkt jetzt noch mal eben. Und ich möchte was sagen. Ich möchte auch meinen Wodka. Möchtest du auch einen Wodka? Das Schöne ist, Natascha kommt direkt aus Russland. Und die weiß, wie man wirklich Wodka trinkt. Was sagt ihr dazu? Nein, man sagt, Und man trinkt nie mit kleinen Schlücken. Also, man trinkt alles gleich weg. Ach, alles Ihrer, Frau Koller. Ja, den habe ich schon weggebracht. Bei so großen Einladungen gibt es immer schöne Blumen. Frau Müller, kann ich auch noch einen haben? Frau Müller, ein Wodka noch. Frau Müller? Frau Müller, schön. Einmal russisch. Nee, bist du irre? Das einmal. Ja, einmal russisch. Nee, komm, weg damit. Hast du irgendwas? Nee. Okay, weg damit. Das ist auch Wodka. Sie hat mein Wasser gesagt. Okay, komm, scheiß raus. Ah, jetzt muss man es wegschmeißen. Ah, komm, hier im Wasser auch weg damit. Ah! Super! Frau Müller, ich mache alles wieder sauber. Frau Müller, ich glaube, wir hätten dem Kleinen wirklich keinen Wodka geben dürfen. Den müssen Sie alles verzeihen, der ist noch so jung. Ja, ich bin mein Wasser weg. Komm, ich mache das alles selber wieder sauber. Geben Sie mir einen Ruch. Ich versprochen. Der ist auch ganz nett. Das war auch lustig. Für die Kamera war das gerade super. Echt? Für Frau Müller war es doof. Aber das kriegen wir alles wieder hin. Nein. Komm, ich verspreche, ich mache alles wieder sauber. Was schmeißen wir jetzt weg? Wir schmeißen jetzt nichts weg. Wir singen jetzt was. Das ist dein. Hier gehen die Haare so aus, oder sind das dein? Wo? Hier auf den Knien? Aus der blonde Haare hat die. Achso, meine vielleicht. Wollte ich mal sehen, was ich für schöne Strümpfe anhabe? Sind die neu? Guck mal, da habe ich überall Glück. Ich gehe eine Runde um den Block, wenn ich über die Schuhe quatsche. Aber solange du nur über die Schuhe quatschen, hast du nur Glück gehabt. Wir wollen singen. Wo ich über Männer quatsche, dann gehe ich auch um den Block. Jungs, hör zu. Ganz kurz Konzentration. Es gibt ein Lieblingslied in meinem Leben, das verfolgt mich seitdem ich zweieinhalb bin. Echt? Das heißt Lippen schweigen. Das ist schön. Und das würde ich gerne von Natascha am Akkordeon gespielt hören. Und du und ich, wir singen den Danilo, wir singen quasi die untere Stimme. Sehr gerne. Und Dagmar, du singst die hohe Stimme, die Frau. Ja genau, so ungefähr. Willst du mal anfangen? Wir summen am Anfang nur mal mit, dann summen wir uns ein. Lippen schweigen. Wir singen Lippen schweigen. Oh Gott, ist das eine schöne Melodie. Wir singen Lippen schweigen. Wir singen Lippen schweigen. Und du 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 singen Lippen schweigen. Schüsse ich halbe, halb mich lieb, 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 halb mich lieb. Schiebe ruchte Hände, Schüsse ich halb mich lieb, halb mich lieb, halb mich lieb, halb mich lieb. Schatzlein, bitte, bitte verzeihen. Ich musste so lachen. Keine Schuld. Das Schlimme ist, aber keine Schuld. Ich habe gesehen, während wir am Singmau ... Es hatte leichte erotische Momente, fand ich auch damals. Finde ich auch. Was hast du gesagt? Das war das erste Kompliment des heutigen Abend. Du kleine Sau. Wenn es wienerisch ist, ist es selbst. Das ist was ganz Süßes. Du kleine Sau. Das ist was Sie müssen. Ich weiß. Eine Sau ist intelligent. Absolut. Ein Kleiner überhaupt was ganz niedriges. Absolut. Ja, bitte. Du musst wieder raus. Ich darf ganz kurz ... Nein, überhaupt nicht. Nur für einen Moment. Du kleine Sau. Ich wusste, warum ich so lachen musste. Ich musste lachen. Kennst du auch die berühmtensten? Sch, sch. Anständig. Sie ist die Moderatorin. Das ist aber lustig. Lass sie endlich raus. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch, geh home. Doch, geh home. Heute so schön. Kann ich die Bierdeckel haben? Du hast lauter fesche Leute. Guck mal da. Toll, toll, toll. Ich muss das auch antworten. Und du darfst gerne ... Nee, ich antworte die Fragen nicht. Sag mal, ich habe mir heute die Haare frisch gewaschen. Die werden auch immer weniger. Aber das ist total gut, dein Haar. Ganz toll. Ich müsste eigentlich da schauen ... Müsst du dich einmal kurz ... Das ist ganz heftig. Ein ausgeschwappter Donaufetzen. Weißt du, warum das ist? Schrecklich süß. Und konnte man ... Ja, ihr seid beide so süß. Ich will gar nicht aufhören. Ich auch. Aber guck mal ... Kann ich ein alkoholfreies Bier haben? Nein. Ich musste mich hier betrinken an deinem Abend hier. Jetzt machst du mit. Wir fragen jetzt einfach mal. Und zwar, konnte man früher ungehemmter Rum machen, weil es da noch keine Paparazzi und sowas gab. Es war alles viel einfacher. Es war erstens mal romantischer. Man ist beim Piotr dahinten gesessen. Eh nicht so weit weg, glaube ich, hier. Und musste nicht Angst haben, wenn dann wirklich einer dich mitgenommen hat. Weil es gab kein Aids. Nein, aber vor allem ... Aber jetzt mal ... Und kein HIV. Ja. Und es gab nur eigentlich die Zärtlichkeit, die Liebe. Aber jetzt sind die so arm, die jungen Leute. Die müssen nachdenken, was sie sich da draufstecken und dann und dann und dann. Es geht aber, es geht aber, Frau Koller, es geht. Ich wüsste nicht, wie man es macht. Sie wüssten nicht, wie man es macht? Ich zeig es Ihnen nicht. Das sage ich Ihnen. Oh, ich habe ja eine Rolle mit dem Hans Klarin gespielt. Wer hat sich da draufgesteckt? Ja, mit Hans Klarin. Warte, wie war das diese Puff-Rolle, die ich da hatte? Die kleine Sorte ... Ja, ja. Das tut mir leid, aber ich bin so kurz davor aufzunehmen. Ah ja, so ließ der Film. Der Alkohol. Ach ja. Ich hatte immer Studien gemacht. Das stimmt. Als ich ihr Maladus gespielt habe, bin ich in die Ruesa und den Nista nach Paris gefahren, um zu sehen, wie die Damen am Strich stehen und so. Und wie ich dann Hochwürden, Erb des Paradies, die Puffmutter gespielt habe, bin ich in einen Puff in Wien gegangen. Und da haben sie mir gezeigt, wie die das Kondom draufmachen. Oh! Das ist mein großes Geheimnis. Ich sage es nicht hier. Aber es war toll. Wie es geht, das wissen Sie schon. Nein, aber die haben ja einen Trick, die Damen. Das ist sensationell. Ich glaube, das Geheimnis ist, beim Abrollen immer in die Augen zu gucken. Um noch mal kurz zu antworten. Ist es so? Das gilt aber auch für danach. Ich bin weg. Das ist mir zu viel hier. Nein, nein. Was heißt denn Abrollen? Was ich einen Ärger kriege? Mit wem? Du meinst Liebe machen? Nein. Nein. Richtig. Abrollen heißt jetzt Liege machen. Leider heißt Twix und Abrollen heißt Liege machen. Das ist nicht. Also irgendwie... Du kleines Sau. Du kleines Sau. Du bist wirklich eine Sau. Nein. Also bei uns geht es nicht raus. Ich bin raus. So, das war Ina. Nein, nein. Wir sagen jetzt nichts mehr. Frau Connor sagt jetzt nichts mehr. War einàcies, ich bin raus. Waren Sie Ihrem Mann immer treu? Immer. Ach. Ja. Ich bin ja erst zu kurz verheiratet. Ich habe mich vorher ausgelebt. Dann habe ich gewusst, das ist der Mann des Lebens. Aber seit 30 Jahren. Ach so, ist das schon so lang? Ich glaube ja. Das ist aber ein Zeichen, dass es eine gute Ehe ist. Weil es hat mich nie... Nein, es ist mir nicht mehr gekommen zu der Gedanke. Ui, das war ich wieder umgeschnitten. Dein Mann hat ja ganz öffentlich, glaube ich, damals mit großer Aufregung in Österreich gesagt, wir haben keinen Sex mehr, weil wir zu alt sind. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe das leider gesagt. Ach so. Ich wurde von der Bild-Zeitung in Hamburg gefragt, wie sieht denn Frau Koller jetzt ihr Sexleben aus, nachdem viele Schicksalsschläge über uns waren. Und ich bin in Pension, nennt man das, in die Rente gegangen und war vom Theater weg und habe dann so ganz frech gesagt, Mensch, ich bin so froh, dass ihr Ruhe habt. Eine Ruhe, nicht Ruhe, nicht krank im Bauch. Auch da war ich im Truppeninstitut, die haben mich gerettet. Aber eine Ruhe. Und da haben die am nächsten Tag geschrieben, die hat keinen Sex mehr. Und das haben sie sich gedacht. Ehrlich? Und das hat mich so tief gekränkt. Ich habe so eine Zärtlichkeit wie nie zuvor. Und ich kann euch nur sagen, älter werden ist absolut spitze, weil man dann einen anderen Sex macht. Hättet ihr? Inna möchtest du mit mir antworten? Ja. Danke. Ihr und dein Pausch und deine alten Katze. Das ist wirklich wahr. Meine Herren, habe ich recht, die Zärtlichkeit ist so wichtig. Kinders, und weil wir hier so beschäftigt waren… Moin! Haben wir gar nicht gemerkt, dass ein riesen Umbau stattgefunden hat. Wenn ihr mal guckt, das ist das Glas-Blast-Sing-Quintett. Ganz tolle Jungs aus Berlin hier heute Abend bei uns. Und wir hören jetzt, schon alles aufgebaut. Und ich habe gedacht, auch vor allen Dingen passend zum Abend, als ich deine Biografie mit dem ganzen Wodka und so gelesen habe und als ich wusste, du trinkst nur grünen Tee und hast aber einen Porsche, da habe ich mir gedacht, das Einzige, was heute passen kann, ist Liedgut auf Leergut. Das Glas-Blast-Sing-Quintett. Das Glas-Blast-Sing-Quintett. Das Glas-Blast-Sing-Quintett. Sharona, keep bringing the mystery And next to me, wrong in both the lengths of my child Sharona, never gonna stop Give it up, such a dirty man, always get it up For the charge of a young kind My, 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 my Woo! 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 Wow! Wow! Ah, wie toll, wie toll, wie toll! Ich versuche mal runterzukommen. Jungs, das ist aber toll. Ist einer in eurer Truppe eigentlich Anti-Alkoholiker? Nee. Und Getränke Hoffmann ist dann bei euch eher ein Instrumentenladen? Ja, das ist unser Instrumentenladen unseres Vertrauens. Und da kaufen wir unsere Lieblings-Instrumentalen. Wir brauchen jetzt Platz zum Tanzen. Die Kamerajungs, ein bisschen mal den decken Bierbauch einziehen. Damit die Jungs und die Mädels hier tanzen können. Weil wir würden gerne die Schlussnummern machen. Du musst deine Wette einlösen, Ralf. Ich helfe dir mal runter. Nein, nein, du kriegst zu zack. Dann komm, hier, hier. Doch, hier ist er. Ich bin da, ich bin da. Hier ist er. Ah, doch, guck mal. Toll, 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 toll. Ich gehe schon mal da oben hoch. War meine Ehre. Hier kommt mit hoch jetzt einfach, genau. Hinten rum oder hier? Was kommt jetzt? Jetzt tankst du dir gleich. Das kannst du dir wehren. Ja. Hier, Mikey. Jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020